Willkommen zu einem neuen Video zu The Rider. Meine Mutter hat dir das King of Avalon Video verkackt mit ihren nassen Orthopäden. Mit ihrem Vorwinkel. Eine schöne Werbung bekommen. Wurde gut aus Musik. Vielleicht möchte ich in mein Video reinreden. Danke. Ich habe sie auch höflich gebeten, nicht in mein Video reinzuniesen. Nies denn erstmal fünfmal rein. Danke dafür. Halt die die Hand vom Mund, dann ist es nicht so laut. Aber glaubst du nicht. Ton ist irgendwie gar nicht am Start. Wort setzen zurück zum... Okay, kein Ton. Du hast jetzt den Ton von mir zerstört. Mit deinen Nasenorthopäden. Ja, mach das aus. Warte kurz. Meine Mutter fuckt grad ab. Hallo. Hey. Du hast meinen Ton zerstört. Jetzt... Mann, man kann nirgendwo was aufnehmen, wie meine Mutter irgendwo in einem Scheißhandel ausmacht. Meine Fresse. So. Wie meine Mutter zu bescheuert ist. Wie nehm ich das jetzt mal noch so oft. Ähm. Du kannst nicht singen. Ja, heute... Das ist das Video. Ja, willkommen zum Video. Hab ich gerade am Anfang nicht gesagt. Ja. Ja. Dann... Dann... Gibt's mir ab. Und dann. Däum mir den Namen. Gibt's... 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 Und dann... Das ist das Video. Alles klar. Fällt einfach wieder zurück. Fällt einfach wieder zurück. Ja. Warte, ich kriege halt mal... Was? Sehr langweilige Werbung. So. Das hab ich dann mal versucht. Warum stört man? Weil ich hasse dieses Spiel. Oh Mann, wo sind die Musstaben? Ach, da ist der dritte Buchstabe. Okay. Mein Deck ist so, wenn ich den dritten Buchstaben haben will. Ne, ich mach jetzt ein Level. Ich mach das Level jetzt. Was? So was gibt's gar nicht in einem Spiel. Okay... Es gibt's wirklich gar nicht in einem Spiel. Däumig geht's gar nicht in einem Spiel. Diese Flugzeug gibt's auch nicht. Okay Was? Man ey! Was kann ich dafür finden, wie dieses Auto so scheiße ist? So, genau. Ich hab nichts gemacht und das Auto trägt. So werde ich bis heute nicht mehr schaffen, das Level. Ich hab auch gleich keinen Bock mehr auf das Spiel. Meine Mutter magst du mit der schlechten Musik nicht besser? Ich hab das nicht mehr berührt! Was ist das für ein Müllspiel? Mann, fahr mit deiner Musik nicht ab! Nimm Kopfhörer! Ich hab keinen! Meine Mutter hat keine Kopfhörer! Gibt es! Ja, Nasenorthopäden auch nicht! Doch, Nasenorthopäden gibt's! Was laberst du für Müll? Mann! Warte! Hallo Leute, wir haben... Ja, keiner mag diese App! Ich hab nichts zu dir! Was war das überhaupt geschafft? Endlich! Nee, ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel! Ganz ehrlich, ich hab den Namen und dann verpiss ich mir das, was im Spiel! Ich hab den Mon, ich hab mein Auto freigeschaltet! Ich hab diese Kastasche ewig nicht mehr ausgegeben, weil mir das nicht angezeigt wird! Was ich dir ausgeben kann! Mama, deine Füße sind nicht mehr bis ihr! Ja! Was für meine! Was für meine! Das sind deine! Was für meine! Ich krieg meine nicht mal! Nur noch 4 Buchstaben? Genau. Zum 8-Münder-Müllspiel. Ich brauche mindestens 7 Minuten dafür. Kannst du mir mal ordentlich Auto zu gehen? Oh neee, das Auto scheiße. Wow, was das Auto gar nicht? Ich habe sie immer beurte. Oh, ich muss die Wettbewerden vertreten. Ich glaube, das Auto geht nicht. Okay, ich bitte meinen nächsten Buchstaben. Okay, heute nicht mehr? Okay. Ja, was soll man da machen? Wenn man zu schnell fährt, fährt man da rein. Immer noch 4 Buchstaben, bin ich immer noch keine. Ich könnte das Handy gleich aus dem Fenster schmeißen. Wozu laden wir mich gerade bei diesem Spiel? Jetzt habe ich endlich mal einen Buchstaben nach 500 Runden. Oh, ich kriege immer nur die gleiche Scheiße. Ich habe nur 46 Autos. Warum kriege ich keine anderen? Wenn ich jetzt nicht ein anderes Auto kriege, dann mache ich das nicht. Wie ging es aus? Endlich. Ich bin ganz ehrlich. Noch zwei. Ein aplicant... dir ein Wohnzimmer auf... entrar... Was?! Ich habe doch noch Reifen?! Nöööööö!! Meine Mutter hat wieder bei der Sahna Scheiße am Laufen. Meine Fresse. Ist dieses Spiel scheiße, was ich grad spiele? Und das, was ich hinterher, ist auch scheiße. Endlich. Nein, ich lass mich nicht da runter. Und ich erzähl euch das auch nicht. Ich hab das schon mal gehabt. Das war übelst langweilig. Noch zwei Buchstaben, wo ich fast länger brauche als für den ganzen Namen. Ich krieg nicht mehr. Ein Buchstaben. Ich weiß nicht, dass wir die letzten Buchstaben haben. Und dann hab ich auch keine Lust mehr. Ich musste sogar noch zwei Sachen ausmachen. Und drei Sachen rausnehmen. Drei hundertzwanzig ist es nicht wert. Eigentlich müsste ich tausend dafür kriegen. Hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Mehr als nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute. Das war ja noch ein paar Jahre alt. Und hat sich nie damit gesch Holger drauf线. Coge resolventeils, ist es mir auf das WISE. ass wirst du mit dem Menschen einschränken das Wasser.